Scharnockerfeier Leonid Danziger D.W.C. Strax Leonid Danziger kam einst aus Kiew nach Berlin und Leonid Danziger. Er wurde in Kiew geboren. Während der Nazi-Jahre war er mit seiner Mutter in Samara an der Volga. Vor gut zwei Jahrzehnten kam er nach Deutschland, nach Berlin. Das jüdische Leben habe ich in Deutschland gelernt, sagt er. In Kiew kannte er keine jüdische Gemeinde, in Berlin geht er in die Synagoge an der Riekelstraße im Prenzlauer Berg. Ich spreche nur sehr langsam Deutsch, aber ich verstehe alles. Deutsche Kultur und Geschichte habe er im Internet gelernt. Und stolz erwähnt er Söhne und Enkelkinder. Bitte um Vergebung.